Lass nicht zu, dass die Ends dich dominieren. Entwicke Gewinnergedanken. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, ich bin Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Ich glaube, es gibt kaum etwas, das Menschen so sehr herunterreißt, wie das Konzept, über das wir jetzt sprechen. Ameisen, auf Englisch Ends, steht für Automatic Negative Thoughts, Ends. Das Schlechte daran ist, dass diese Gedanken negativ sind. Und durch negative Gedanken erzeugen wir Pessimismus. Und Pessimismus macht uns hilflos. Und das ist die Kette, die wir uns bewusst machen müssen. Negativ macht kleiner und schwächer. Das macht weniger Energie. Weniger Energie macht uns hilflos. Und dann haben wir sehr wenig Energie. Und dann geht das so weiter. Noch weniger Energie, noch hilfloser, noch weniger Energie. Dass die Gedanken negativ sind, ist zerstörerisch. Aber was noch viel schlimmer ist, ist, dass diese Gedanken automatisch passieren. Das heißt, wir merken das gar nicht. Wir denken negativ und wir bekommen das gar nicht mit. Die meisten Menschen haben diese Gedanken automatisch gewohnheitsmäßig. Und die meisten von ihnen sind tatsächlich zu negativ. Hier so ein paar solcher Gedanken. Ich kann das nicht. Ich bin nicht genug. Ist mir zu anstrengend. Das schaffe ich ja eh nicht. Das sind immer innere Dialoge, die wir haben. Und diese inneren Dialoge sind entweder Ends, also automatische negative Gedanken, oder es sind automatische positive Gedanken. Und dann sagen wir uns bei diesem automatischen positiven Gedanken solche Dinge in unserem inneren Dialog wie, ich kann das. Ich bin genug. Ja klar, ich werde das schaffen. Wir nennen das der Einfachheit halber einfach jetzt mal Adlergedanken. Wir haben also immer nur zwei Möglichkeiten, wie unser innerer Dialog aussieht. Er wird entweder durch Ends gesteuert, automatische negative Gedanken, oder durch Adlergedanken, also automatische positive Gedanken. Warum ist das so wichtig und was können wir daran tun? Wichtig ist das deshalb, weil im Grunde genommen unser ganzes Lebensglück davon abhängt. Wenn wir Ends haben, also automatische negative Gedanken, dann trauen wir uns zu wenig zu. Wir haben keine Energie, wir sind Opfer. Wir sind hilflos. Das berühmte Beispiel von hilflos gemachten Ratten von Professor Seligmann erklärt dieses Phänomen. Das ist so. Also erstmal muss ich sagen, dass mich solche Experimente absolut abtören. Aber jetzt ist es nun mal gemacht worden und wir haben eine ganz wichtige Erkenntnis daraus. Darum lass mich das erzählen. Also Forscher haben Ratten hilflos gemacht. Das ist eine eklige Methode. Immer wenn die Ratte meint, sie kriegt jetzt ein Futter, hat man es ihr im letzten Moment weggenommen. Und dann hat die Ratte gelernt, egal was sie macht, es klappt nicht. Also hilflos gemacht. Und dann hat man eine gesunde Ratte, also die nicht hilflos gemacht wurde, in ein Wasserbehältnis gesetzt. Und hat geguckt, wie lange kann die schwimmen, bis die Kräfte erlahmen und die anfängt zu ertrinken. Dann hat man sie eben rausgeholt und gerettet. 30 Stunden. Eine gesunde, normale Ratte kann 30 Stunden schwimmen, ehe sie müde wird und anfängt zu ertrinken. Eine hilflos gemachte Ratte, überlege mal, was glaubst du, wie lange kann die durchhalten? Also hilflos gemacht, die weiß, egal was ich mache, es bringt doch nichts. Die wird auch in ein Wassergefäß gesetzt, die schwimmt auch rum und nach nur 20 Minuten gibt die auf. Und fängt an zu ertrinken und dann holt man sie raus. Also 30 Stunden bei einer normalen Ratte, bei einer hilflos gemachten Ratte, 20 Minuten. Das ist ein unfassbarer Unterschied. Das Schlimme daran ist, dass du und ich, wir, gar keine Forscher brauchen, die das mit uns machen. Wir machen das ganz oft selbst, wenn wir Ends haben. Und die positive Botschaft ist, wenn wir automatische negative Gedanken Ends entwickelt haben, können wir auch automatische positive Gedanken entwickeln, also Adlergedanken. Diesen Automatismus, den wir hier geschaffen haben, können wir auch hier im positiven Bereich schaffen. Aber überlegen wir weiter, warum diese Ends so gefährlich sind. Wenn wir uns so richtig hilflos fühlen, dann sind wir nur noch im Überlebensmodus. Und im Überlebensmodus wollen wir einfach nur durch den Tag kommen, möglichst wenig tun. Einfach, Hauptsache es klappt irgendwie. Wir haben Angst vor Anstrengungen, wir setzen uns dann auch kleine Ziele. Vor allem aber wollen wir keine großen Ziele, weil wir eh schon am Limit sind. Das, was uns aber zu einem großen Menschen macht, sind große Ziele. Das läuft so. Wir setzen uns ein großes Ziel und um das zu erreichen, müssen wir ein größerer Mensch werden. Mit mehr Fähigkeiten, mit mehr Wissen, mit mehr Kraft. Und das ist unsere Motivation. Das heißt, wenn wir ein größerer Mensch werden wollen, du und ich, Wenn wir der Beste werden wollen, der wir sein können oder die Beste, dann brauchen wir neue Ziele, große Ziele. Und aus diesen Zielen machen wir Pläne. Und dann finden wir Wege und Strategien, wie wir diese Pläne umsetzen. Aber es beginnt damit, dass wir Adlergedanken haben, automatische, positive Gedanken. Wie machen wir das? Alle erfolgreichen Menschen hatten dieses Problem und sie haben es gemeistert. Das heißt, sie haben ihre Endgedanken überwunden. Und sie haben nach und nach Adlergedanken automatisiert. Sie haben dabei gelernt, ich darf mich nicht auf meinen Kopf verlassen. Denn unser Gehirn ist tatsächlich im Verhältnis von 7 zu 1 negativ programmiert. Jetzt können wir uns fragen, warum ist das denn so? 7 zu 1 negativ? Das ist ja schlimm. Könnte ja völliger Quatsch sein. 7 zu 1 negativ. Das macht uns doch depressiv. Das macht uns doch hilflos. Aber weißt du was? Der Evolution war es egal, ob wir depressiv waren. Die Evolution wollte nur, dass wir überleben. Und da war es gut, eher zu viel Angst zu haben, weil wir dann vorsichtiger waren. Und das hat uns überleben lassen. Heute aber ist das zerstörerisch. Heute macht uns das klein, hilflos und auch energielos. Wir können den Prozess umkehren. Aber, wie gesagt, wir dürfen uns dabei nicht auf unseren Kopf verlassen. Wir nutzen Papier. Wir nutzen Papier, denn auf dem Papier können wir sehr leicht etwas erkennen. Nämlich, das, was ich da drauf schreibe, das kann ich wählen. Bei den Dingen, die wir denken, ist das eher nicht so. Da sagen wir eher nicht so, das sind nur meine Gedanken, das bin nicht ich. Da habe ich eigentlich nichts mit zu tun. Ich könnte auch andere Gedanken denken. Wenn wir aber schreiben, ist es viel einfacher zu sagen, das habe ich gerade gedacht und aufgeschrieben. Das bin nicht ich. Ich könnte jetzt auch etwas anderes aufschreiben. Ich bin der, der die Entscheidung trifft, was er da jetzt schreibt. Das heißt, die beste Form, Adlergedanken zu entwickeln, ist, dass du ein Erfolgsjournal führst. Ein Erfolgsjournal. Das heißt, du notierst dir einfach die Dinge, die dir gut gelungen sind. Mindestens fünf Dinge pro Tag. Wenn du jemandem eine Freude gemacht hast, wenn du jemandem geholfen hast, wenn du ein Projekt begonnen hast, wenn du eins beendet hast, wenn du jemanden zum Lachen gebracht hast. Alle Erfolge, groß oder klein, notiere sie alle. Wenn du das machst, hast du mehrere Vorteile. Erstens, du fokussierst dich auf die Dinge, die gut gelaufen sind, also auf deine Erfolge. Und dadurch entsteht der Eindruck, dass du überwiegend Erfolge hast. Du trickst also dein Gehirn aus. Nochmal, wenn wir uns auf unser Gehirn verlassen würden, dann würde das uns beweisen wollen, dass wir oft versagt haben. Zumindest, wenn die Ends noch dominieren. Wenn du aber das Erfolgsjournal nur drei Monate führst, hast du Adlergedanken entwickelt. Und du hast sie in diesen drei Monaten automatisiert. Das heißt, du schaust dann automatisch mehr auf das, was dir gut gelingt. Und jetzt entsteht ein positiver Kreislauf. Du traust dir mehr zu und du sagst, ich kann das. Ich bin genug. Und dadurch empfindest du dich nicht mehr als Opfer, sondern als Macher. Du hast dann wirklich mehr Energie. Und wenn du mehr Energie hast, dann traust du dir wieder mehr zu. Du setzt dir höhere Ziele. Und wenn du dir höhere Ziele setzt, wirst du ein größerer und besserer Mensch, denn sonst könntest du diese Ziele nicht erreichen. Und wenn du größere Ziele hast, entwickelst du bessere Pläne. Und du findest bessere Wege, bessere Strategien. Das heißt, du lernst. Und das ist der positive Kreislauf. Du denkst positiv, Adlergedanken, du entwickelst mehr Selbstvertrauen, du schaffst dir höhere Ziele, dafür verschaffst du dir bessere Strategien. Du lernst und du hast viel mehr Energie. Lass nicht zu, dass die Ends dich dominieren. Entwickle Gewinnergedanken. Du kannst das systematisch tun. Du bist kein Opfer irgendeiner negativen Programmierung. Diese negative Programmierung ist durch dich entstanden. Zumindest hast du sie zugelassen, wenn auch unbewusst. Und du kannst sie bewusst wieder ändern. Mit dem Erfolgsjournal kannst du diesen Prozess umkehren. Ganz bewusst. Du kannst automatisierte Adlergedanken entwickeln. Du kannst illuminating entwickelungen werden. Bater das devices client Naturally machen.